Eine neue Runde, Deal or No Deal, meine Damen und Herren. Koffer auswählen, leicht gemacht. Es geht darum, den höchstmöglichen Betrag auszuwählen. Also man wählt am Anfang einen Koffer aus von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und darin sollte möglichst die 1-Million-Dollar-Marke drin sein oder 2 Millionen. Es gibt immer verschiedene Orte, wo man spielen kann. Wir fangen mit 1 Million an und holen uns die jetzt einfach mal eben kurz. Ist gar kein Problem. Wir holen uns die einfach kurz, oder? Das Problem ist, wir haben... Haben wir immer noch das Geld vom letzten Mal? Das weiß ich gar nicht mehr. Egal, wir spielen einfach jetzt. Ich glaube schon. Okay, Leute. Da sind wir wieder. Geil, wo ist Guido, wenn man die braucht? Guido, sag mal, hier, Koffer oder was? Hast du Bock? Welchen Koffer nehmen wir denn jetzt? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich hätte jetzt in erster Linie... Also die 17 ist mir ins Auge gefallen und die 21, ja. Ich würde aber auch die 1 ganz geil finden. Vielleicht versuchen wir es vielleicht sogar mal mit der 14. 26 klingt auch ganz nice. Die 4 ist auch ganz interessant. 2 und 3. Wenn man das addiert, dann kommt man auf 5. Dann sollten wir vielleicht eine von denen nehmen. 6 und 7. Das ist natürlich wunderschön. Das sind 13. Können wir vielleicht auch die 13 wählen, ne? Die 12, wenn wir die abziehen von 11, das geht nicht. Dann sind wir nämlich unter 0. Unter 0 geht es nicht. Dann können wir die 11 schon mal nicht nehmen. Ne, die 12 meine ich. Die 18 können wir vielleicht mit der 14 addieren. Dann sind wir ganz woanders. Ja, das brauchen wir auch nicht. Weil so weit geht das gar nicht. Ne, weiß ich nicht. Wir nehmen... Ich nehme jetzt... Ich nehme die 21. Das ist unser Koffer. So. Wir machen das so. Ich wähle einen aus, dann wählt ihr einen aus. Okay? Ich mache zuerst. Wir öffnen jetzt... Den Koffer, den ich auch noch in der Auswahl hatte. Puh. Das ist ja ein gutes Gefühl, Kevin. So, welchen Koffer jetzt, Leute? Haut mal raus. Wien können wir jetzt mal öffnen. Also jetzt geht es natürlich... Für diejenigen, die jetzt noch nicht so Bescheid wissen... Geht es natürlich darum, so viele Koffer zu öffnen. Um möglichst kleine Beträge aufzudecken. Damit natürlich die offenen Beträge länger im Spiel bleiben. Und somit unser gewählter Koffer immer mehr an Wert verdient. Nach sechs Koffern kommt das erste Gebot vom Banker. Und der wird uns ein Angebot machen für diesen Koffer. Okay. Sieben. Vertrau mir. Okay. Wenn man das liest, dann muss man das eigentlich machen. Obwohl man weiß, dass man komplett auf die Fresse kriegt. Ja? Wir nehmen die sieben. Raus aus dem Chat. Sofort. Mach den Stream aus. Mach den PC aus und geh ins Bett. Schlafe. Und dann denkst du mal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Ja? Raus. Raus. 300.000 weg. So. Ich darf wieder einen nehmen. Ich nehme die 23. Yes, baby! Also bisher habe ich besseres Gefühl als ihr, muss ich sagen, ja? So. Welchen Koffer wollt ihr, Freunde? Eins ist 100% Lobetrag. Ihr findet das nicht lustig, ja? Also wenn ihr hier die Show sabotieren wollt, ja? Dann macht das woanders. Was? Das gibt es doch nicht, Alter. 7.000. Leute! Wir müssen doch warten! Okay, ich mache die 9. Komm. Gefühl. Leute, ich mache jetzt alle Koffer auf. Ich mache die Koffer auf. Komm, was sagt er? Haut raus. Ich will euch ja trotzdem mitspielen lassen, ja? Ich will ja... Nicht die 14. Doch. Doch. Die 14. Okay, 25. Jawollah! Oh, Banker, Alter. 33.000 bietet er uns. Wir haben 11 Sekunden Zeit. Deal oder no deal? Also jetzt haben wir halt noch zu viele Möglichkeiten. Die eine Million sind halt noch drin. Also, komm. Geh dir eine Bananefut an. Oder was weiß ich. Ich futter mal einen Apfel oder so. Weißt du? Also, deal. Was ist das denn für eine... Also, bitte. Stopf dir mal deine neue Pfeife da. Und dann steckst du die da mal hinten rein, ja? Und dann ziehst du mal ordentlich durch. Vielleicht kommst du dann mal ein bisschen auf andere Zahlen. So. 12. Find ich gut. Vertrau mir. Zweite Chance. 8. Okay. Excellent. Gut. 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 Zweite Chance genutzt. Geil. Okay. Wir nehmen... Die 3. Nein, Kevin. Nein. Warum? Richtiger Kevin-Move, Alter. Die 3. Also, die 3. Nein, nee. Okay. 18 ist Niedrig-Curry. 100%. Leute, mit den 100%, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, ne? 11 ist wenig. Vertrau mir. Ich bin gut. 2. Jetzt hat sich's wohl umgedreht. Ist halt echt so. Wir nehmen die 11. Oh, Leute. Sehr geil. Die 11 ist da, Baby. So, jetzt bin ich dran. Bitte nicht umdrehen. Bitte, das Schicksal sollte sich nicht... Ich nehm die 13. Komm, Unglückszahl. Auf geht's. Boah. Yes. Okay, es sind immer noch die eine Million, ja? Die sind immer noch offen. 16. Ich bin altwissend. Ich vertraue euch sofort. Ihr seid wie gerade die Leute, die so hinten im Publikum sitzen. Äh, 15, 28, Deal. No deal, no deal. Ich hab heute Käsetrost gegessen. Äh, ich war grad karken. Okay. 20. Boah. 1000. Okay, ein Koffer noch bis zum nächsten Angebot. Ein Koffer noch bis zum Angebot. Ich bin dran. Wir nehmen die 12. Boah. Jawoll, Baby. Eine Million sind immer noch dran. 71.000. Also, wir dürfen nicht vergessen, 300.000 sind schon weg. 500.000 sind schon weg. 750.000 sind schon weg. No deal. Leute, wir zocken jetzt. No deal. Okay, vier Koffer. Nein, der soll gehen. Bin der Hellseher aus Deponia und sage 6. Okay, Hellseher aus Deponia. Wenn da irgendwas Großes drin ist, ja. Es muss nicht mal ein Betrag sein. Es kann auch irgendwas anderes sein. Dann dürfen wir dich verbrennen, okay? Nochmal Glück gehabt. Okay. Ich bin dran. Ich nehme... Die 10. Boah. Okay. Zwei Koffer noch bis zum nächsten Angebot. Eine Million sind immer noch da. Welchen Koffer? Nimm die 2. 2 ist toll. Die 19. 3, 2 für Deutschland. 3 plus 2 ist 5. Das heißt, wir müssen die 5 nehmen. Das ist ein Zeichen. Komm, Deutschland. Danke, Deutschland. Arschloch. Deutschland. Jogi Löw, ey. Okay. Das war ja mal wieder komplett super. Okay, wir nehmen die 2. Oh. Okay. Eine Million sind immer noch offen. Was sagt er jetzt? 119.000. Es sind noch 400.000 im Game und eine Million. Wir laufen natürlich Gefahr, wenn wir das jetzt aufdecken. Ja, die eine Million. Dann ist halt komplett Absturz. Aber nein. Drei Koffer, Leute. Drei Koffer. Wir haben gezockt. Wir zocken gerade. Wir zocken gerade. Jetzt finden wir die Mitte, sagt er. 24. 24. Vertrau auf Spongebob und Patrick. Okay. Spongebob und Patrick. Magische Miesmuschel. Ist in der 24 die eine Million drin? Nein. Aber die 400.000. Ha 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 ha. Pfff. Okay. Wenn wir jetzt die eine Million aufdecken, dann wird das Gebot komplett in den Keller stürzen. 26. Oh. Okay. Ein Koffer noch. Ein Koffer noch, Leute. Ein Koffer bis zum nächsten Angebot. Michael sagt die 18. Die 4 ist da oben so alleine. Wir nehmen die 18. Boah. Alter. Okay. Jetzt bin ich gespannt. 150.000. Das ist eine Steiger. Ja gut. Wir haben die 400.000 aufgedeckt. Ja. Aber die eine Million sind immer noch im Game. Die sind immer noch da. Deal? Echt? Nein. Leute. Komm. Lass zocken, Alter. Komm. Lass zocken jetzt. Wenn wir jetzt im nächsten Koffer die eine Million öffnen, dann ziehe ich mich nackig aus und fliege durchs Fenster. Und kann mit Bibi Blocksberg kommunizieren. Hex, hex. Und so. Die 4. Boah. Okay. Ein Koffer. Ein Koffer, Leute. Ein Koffer. Alter. Das war. Es ist halt fucking ein fucking Internetgame. Ja. Aber. Alter Falter. Die 19. Sagt ihr. 248.000. Boah. Jawoll. 248.000. Oh mein Gott. Ich mach No Deal. Oh mein Gott. Warum, warum mach ich No Deal? Was mach ich denn? Oh Gott. Warum hab ich das getan? Ein Koffer. Es tut mir leid. Ich muss das tun. Ein Koffer. Die 22. Oh. Okay. Ach du Scheiße. Die 1.000.000 sind immer noch da. 317.000. Leute. Ey. 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 Wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran. Oh Gott. Oh mein Gott. Wie manche ausrasten. Was machst du? Okay. Einen davon müssen wir jetzt öffnen. Entweder es sind die 75.000, die 500.000 oder die 1.000.000. 16.000 für alle Bundesländer. Michael wirft eine Münze. Okay. Wisst ihr was? Alexa lauter. Wir fragen jetzt Alexa. Ja. Alexa. Warte mal. Wir sagen 15. 16. Ja. 15 ist Kopf. Ja. Warte noch mal kurz. Alexa lauter. Alexa. Lauter. 15. Ist Zahl. Ne. 15 ist Kopf. 16 ist Zahl. Alexa. Kopf oder Zahl? Zahl. Okay. Die 16. Alexa. Wenn du. Wenn du Scheißen gebaut hast. Dann schmeiße ich dich aus dem Fenster raus. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja. Ich aber schon. Deal. Oh. Immer diese Twitcher. Die nicht mit Geld umgehen können. Ey. Das kann doch nicht. Nicht fucking sein. Alter. Das kann doch nicht fucking sein. Alexa. Du bist scheiße. Du hast uns. Richtige Luisa Alexa. Richtige Luisa Alexa. Okay. Jetzt aber noch mal die echte Frage. Es sind immer noch 75.000 drin. Wenigstens. So. 21. Entscheiden wir uns für den Koffer, den wir am Anfang genommen haben. Oder für die 15. 10. Ganz viele sagen 21. 21. 21 hat die Mehrzahl. Halt dein Maul. Halt dein dummes Maul. Ja. Das war ja eine krasse, geile Runde. War ja der Wahnsinn. Das war cool. Ja. Geiles Game auf jeden Fall. Macht Spaß. Es ist gut gelaufen. Es ist gut gelaufen. Das war ja eine krasse, geile Runde. 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 Bis zum nächsten Mal.